Schock für Harry Potter Fans – Professor McGonagall ist tot London, Großbritannien – Fans der Harry Potter-Reihe müssen jetzt ganz stark sein Schauspielerin Maggie Smith ist im Alter von 89 Jahren gestorben Das meldet die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ihre Familie Smith verkörperte in den Romanverfilmungen die beliebte Professorin MC Gonagall, die zugleich als Hauslehrerin von Harry auftrat Auch war sie in der Serie Downton Abbey sowie der Komödie Sister Act – Eine himmlische Karriere zu sehen Im Laufe ihrer Karriere gewann Smith mehrere Auszeichnungen Darunter waren gleich zwei Oscars der US Film Akademie für ihre schauspielerische Leistung in den Filmen Die besten Jahre der Miss Jean Brody und Das verrückte California Hotel Maggie Smith wurde 1934 in Ilfert bei London geboren und stand bereits früh auf der Theaterbühne Sie dürfte nach einer Ehrung des britischen Königshauses auch den Titel Dame tragen Die 89-Jährige starb am Freitagmorgen, genau ein Jahr nach dem Tod von Michael Gambon, 82, alias Dumbledore, in einem Krankenhaus, wie PA meldete Sie sei am Ende mit Freunden und Familie zusammen gewesen, hieß es in einer Erklärung ihrer Söhne, aus der die Nachrichtenagentur zitierte Heute Hier ist es ein wichtiger Punkt, wo wir uns auf der Erklärung haben, oder? Hier sind wir zweiазglokmני oder? Hier